schießen auf das sonnenlicht und damit willkommen zurück zu bitterfield ja monte graber leider eine ziemliche sniper map vielleicht kriegen wir einen panzer nö wir kriegen wir nicht flugzeug kriegen wir auch nicht mehr wir kriegen gar nichts wir kriegen nur scheiße ach wie sollten wir in so nem ding mitfahren das ding lässt sich auch nicht gerade gut drehen cool wir haben einsatzziel albert erobert super irgendwo ist da einer schwer zu treffen ja wir haben einsatzziel albert erobert ich bin raus man wir haben einsatzziel albert wir haben einsatzziel aber da haben wir drin das ist langweilig da ist schon der riss da noch Ich bin echt nicht für uns. Ich bin echt für uns hier. 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 Ja, du bist für uns hier. Das ist doch nicht hier drauf. Sorry, ich kann ihn töten. Oh. 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 Auf Menuh. Wir brauchen keine Kits. Oh. 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 Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts. Oh. 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 Ach man, schon wieder keiner wischt. Jetzt hab ich immer recht gewischt, naja ein, oder zwei und sie sagen mir ist alles nur ein spiel, dabei hat sich noch ein ziel, bis ich von der Klippe Hallo Ey, 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 ey Leute, wie viele Ah, leider auch in der Flakwege Ich fliege aus der Map Ja genau Zurück zu der Infanterie Mann ist das wieder ungewohnt Oh fuck In der Nähe deiner Position ist ein Bach-Soldat-Kick verfügbar Loi Naja, ey Nein, die beiden machen ja längst nicht so viel Schaden No Lol Hey Wir haben Einsatzziel-Berfer verloren. Jawohl, nehmen wir ihn. Hey, ich sehe einen Begriff. Oh. Lord. Ah. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Nicht jedenfalls in den Einsatzbohnen. Ah, meine Waffe ist deaktiviert. Vielleicht wollen wir ja einen runter. Ups. Wächter. Wir verlieren Einsatzziel, David. Wärter? Ne, David. Der Spaß lockt sich ein und macht sich klar. Ich will nicht noch mal alles machen. Oh, lol, Wächter. Ja, da kannst du alleine wenig gegen machen. Gut, sonst wohne ich eben mit dem Tank. Ohne ich. Scheiße. Daneben bei C. Der hat den Preiser verloren. Wir haben Einsatzziel. Ja, ich hab das schnell aufgeräumt. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Wie folgt dem Medik? Ich hab doch Sichtung gedrückt. Null. Jetzt seh ich gefährlich hier hoch. Merik. Hey. 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 Ach du Scheiße! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Den wollte ich eigentlich auch nicht beschädigen, den dachte ich nur auf einer Armee. Wir wollen sagen, können sich nicht mal konzentrieren. Dein Wagen ist auch klar, ich bin weiter auf der Türen. Meine Feinde müde, aber da seid ihr auf der Entschuld von Zeit. Family ist schon wie dieses Donkult. Wir wollen sagen, können sich nicht mal konzentrieren. Dein Wagen ist auch klar. Halbzeit, wir haben die Oberhand. LOL Wir wollen sagen, können sich nicht mal konzentrieren. Mit der Gun macht man auf dem Panzer, glaube ich, mehr Schaden als mit diesen Gun-Granaten. Wir wollen sagen, können sich nicht mal konzentrieren. Aber da seid ihr auf der Entschuld von Zeit. Nein, nein. Wir wollen einen Panzer. Wir wollen den Panzer. Wir wollen lieber einen Panzer. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Diese Bild tritt. Halt, da lebt mir schon wieder die Sicht hier. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Hey! Quedo un Assaultatore! Assaultatore lokalizzato! Can't take his alone. Atenzione! Chorricognitore! Obert den Punkt, Ladies! Oh, komm wiederum durch. Zum Glück sind die Maps so gebaut, dass man fast nicht festhängen kann. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben Einsatzziel Albert. Wir haben Einsatzziel Albert. Alle Waffenbanken. In der Nähe, deine Hand ist in den. Ein Wachsatznachstieg. Scheiße! Ja! Wir haben so viel gesehen. So viel gegeben, Digger von Notenzonen. Das ist Game No! Sieg jule 2018. Jeder junge Gamer wird schon trinken, weil er nachsinnert. Ja! Wir haben so viel für ihn. Wir haben so viel gesehen, der Schil des Hilltons. Wir haben so viele Angst zu verlieren. Wir haben so viel gesehen. ي Landsatzziel Emil erobert. Der erstebart. Dann komm auf die Projektle! Tu vasht! Der Punkt, cytokинzietervät. einer oh schon tot jetzt wirds kritisch fronte delle munizioni oh fuck ey beim geschütz liegt zu weg hier ja ob das noch was oh gerade weg Leute sind die auf dem Luftschiff? what the fuck holen die das jetzt entern oder was? ahahaha lol oh oh komm ich spawne wieder bei euch der wird sich wundern von wo er den kill kriegt oh oh das schluss fällt einfach nicht still Boah, das ist assi Solange der hier rumdüst Okay, ich kann den nicht wiederbeleben Aber kann man ja mir spawnen Okay Okay Gib mir ein Tank Oh fuck Schnell rein nach C Oh, so viel Schaden macht er eigentlich nicht Oh fuck Nix für rein hier Wello, ein Karro Er hat natürlich die bessere Position Vedo ein Karro Er ist hier Der lässt sich auf Glöpfen wie überfahren Das ist jetzt fies Glück gehabt Kann ich hier auf den abfeuern Oh ja, ich bin unterbundet hier Oh Oh Ich bin unterbundet hier Was soll ich ausgeteilt? Sieg Naja So schlecht war die Runde ja nicht Dafür, dass sie ziemlich Voll der Sniper eigentlich ist Aber man kann hier auch mal ein bisschen rumfliegen Und dann geht das schon Ja, wegen der Telekom Gut Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns wieder Im nächsten Video